Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, jetzt wo mein Kollege Habersatt seine Rede zu Protokoll gegeben hat, mache ich das nicht, damit sozusagen für die Koalitionsfraktion jetzt dann auch nochmal jemand spricht. Und ich finde es anfangs vorweggeschickt sehr befreiend, dass wir hier mal im Plenum über den Hochschulpakt diskutieren und positiv und auch sehr einig, zumindest in sehr, sehr vielen Fragen in die Zukunft blicken können. Ich sage das ohne Häme oder ohne Wunsch, große Vergangenheitsbewältigung zu machen, aber ich empfand doch einige Debatten in den letzten Jahren zu dem Thema etwas anstrengender und ich erinnere mich auch daran, dass wir da nicht ganz so positiv in die Zukunft diskutiert haben, sondern eher auch Abwehrschlachten führen mussten und die Debatte hatten, ob nicht Studienplatzkontingente in andere Bundesländer verkauft werden sollen. Heute hat sich das geändert. Heute haben sich auch Fraktionen, die damals zumindest im Teil noch anderer Meinung waren, sich unserer Linie angeschlossen und das ist absolut zu begrüßen. Es ist aus grüner Sicht nicht verwunderlich, dass die Zahlen, die die Kultusministerkonferenz zu den Studienanfängerplätzen vorlegt, dass die immer weiter nach oben korrigiert werden muss, denn auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels müssen wir als Bundesland genug Studienplätze bereitstellen, um junge, kluge Köpfe in unser Land zu holen und zu halten. Wir Grüne begrüßen deshalb, dass sich Bund und Länder darauf geeinigt haben, die zweite Phase des Hochschulpaktes um 2,2 Milliarden bis 2015 und dann noch einmal weitere 2,7 Milliarden bis 2018 zur Ausfinanzierung aus Bundesmitteln bereitzustellen. Es ist ein erster Schritt. Und gerade weil Schleswig-Holstein als letztes Bundesland 2016 den doppelten Abiturjahrgang erwartet, ist ein Weiterlaufen des Hochschulpakts für uns besonders wichtig. Die Hochschulpolitik der letzten Jahre zeichnete sich allerdings immer dadurch aus, immer kurzfristig auf Mängel zu reagieren. Und deswegen ist es gut, jetzt vielleicht auch noch einmal in der Diskussion ein bisschen weiter zu blicken. Das Studierendenhochplateau wird nach KMK-Prognosen, wenn überhaupt, nicht vor dem Jahr 2021 sinken. Die Plätze müssen also nicht nur geschaffen, sondern auch ausgestaltet und dauerhaft gesichert werden. Darüber hinaus fordern inzwischen alle Fraktionen hier gemeinsam, dass sich der Hochschulpakt in der Struktur verändert. Und ich glaube, dass das besonders wichtig ist. Als Bundesland mit relativ teuren Medizinstudienplätzen und ohne Sonderregel, wie das Land Berlin sie hat und wie der Kollege Günther gerade auch erwähnt hat, profitieren wir weniger oder unterdurchschnittlich vom Hochschulpakt. Genau deshalb müssen auch die durchschnittlichen Studienplatzkosten in Zukunft mit einbezogen werden. Wir Grüne fordern allerdings darüber hinaus, eine Art Hochschulastenausgleich der Anreize schaffen soll, für die Bundesländer Studienplätze zu schaffen. Es ist richtig, dass der Hochschulpakt in die Verlängerung geht. Allerdings muss sich der Rahmen erweitern. Wir brauchen Qualitätsstandards für die Hochschullehre. Wir brauchen eine gute Studienberatung und andere Maßnahmen zur sozialen Infrastruktur, wie zum Beispiel auch eine BAföG-Erhöhung, die leider zurzeit Ministerin Wanka auf Bundesebene zurzeit noch verschläft. Und wir brauchen ausreichend Masterstudienplätze, damit die Bachelorabsolventen ihre Ausbildung fortführen können und nicht allein aufgrund von Noten oder einer zu hohen BewerberInnenzahl ihren Wunschberuf aufgeben müssen. Denn die bisherige Finanzierung des Hochschulpakts geht von einem vierjährigen Studium aus. Dadurch wird nur jedem zweiten Bachelorabsolventen ein Masterstudium finanziert. Laut einer Modellrechnung des Zentrums für Hochschulentwicklung, was ich sonst eher selten zitiere, wird die Nachfrage nach Masterstudienplätzen allerdings weiter ansteigen. 2016 könnten bundesweit bis zu 36.000 Studierende ein Masterplatz verwirrt bleiben. Auch wenn die Zahlen für Schleswig-Holstein, auch das haben Berichtsanträge von unserer Fraktion aus Oppositionszeiten ergeben, noch vor kurzem weniger dramatisch waren, ist dies nur eine Frage der Zeit, bis es sich ändert. Wir brauchen dazu eine Kraftanstrengung auf Bundesebene. Und genau deshalb fordern wir auch in unserem Bundestagswahlprogramm und in den Bundestagsanträgen, dass wir mehr Mittel, insgesamt 1,3 Milliarden Mittel mehr, für diese Maßnahmen zur Verfügung stellen. Im Land reden wir darüber, dass wir über die nächsten Jahre hinweg 10 Millionen mehr wahrscheinlich investieren müssen, um den Hochschulpakt gegenzufinanzieren. Dies wird eine Herausforderung für uns, das sage ich auch als Finanzpolitiker, ich sage aber auch als Hochschulpolitiker, dass dies ein starker Schwerpunkt der Koalition sein muss und dass, wie die Frau Ministerin das auch gerade gesagt hat, wir ein großes Interesse haben aufgrund des demografischen Wandels junge Köpfe ins Land zu holen und hier zu halten. Man muss halt wissen, welche Schwerpunkte man als Koalition setzt. Der heute hier zu beschließende Antrag ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ich freue mich sehr, dass wir das hier einvernehmlich, einstimmig gleich tun werden. Er berücksichtigt nämlich in Teilen die besondere Situation Schleswig-Holsteins und ich bedanke mich auch, Herr Kollege Arp, hören Sie genau hin, beim Kollegen Günther, mit dem wir das sozusagen in erster Linie sehr, sehr gut verhandelt haben und ich hoffe, dass wir alles weitere und deswegen finde ich es auch eine gute Idee, dass wir sozusagen den Bericht, wobei es ja ein mündlicher war, ich weiß nicht, wie das technisch funktioniert, dann im Bildungsausschuss nochmal wieder aufgreifen und dann vielleicht auch diskutieren, welche Studienplätze und wo sie dann in Schleswig-Holstein entstehen sollen. Das eine ist zu sagen, wir brauchen mehr Studienplätze, wir wollen mehr Studienplätze hier im Land schaffen und das andere ist dann die Diskussion, welche Schwerpunkte setzt man da auch, tun wir das an Fachhochschulen, tun wir das in bestimmten Mangel-, in sogenannten Mangelfächern, wo sollen diese Studienplätze entstehen, das ist glaube ich eine ganz, ganz wichtige Diskussion, wo wir im Land noch ganz am Anfang sind und genau dazu könnten wir eine Ausschussberatung gut gebrauchen. Schönen Dank. Applaus